ich habe ich mir wohl nur eingebildet ja der ringer oder schatten ich habe mich erwischen lassen ich meine ihr könnt ihr alles anstehen ein blutiges gemäßchen was übernimmt doch mal zu kommt ja nicht auch nur einmal eure karten übungen schlagen zu lassen ja ihr wollt echt nicht dass euch der anführer wegen sowas in den asch tritt es geht nicht darum dass der anführer hüten wird doch mal aufeinander gerade keine ja man sollte nie alleine stehen so oh köschen ist ausgebrochen und nun sollen jemand einfangen magadass nicht ich habe besseres zu tun Lasst ihn, Lauf! Vielleicht zerstampft er ein paar Ghoulen. Ob der Grabwandler versucht, seine Hexenkünste an den Grauchs zu probieren? Ein Biest wie dieses lässt sich nicht von so etwas blenden. Er wird ihn einfach zerstampfen. Ich möchte gerne mal sehen, wie er sich davon erholt. Du musst dir nebeneinander stehen, das ist spannend. Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobiert. Wir wecken deinen Kopf auf einen Pfarrer! Hast du alles gehört? Was ist das? Was ist das? Ja, Körbe! Wenn ich dich auch nur Atme höre, plage ich dir die Beine ab und lasse dich zehn Runden und Flager strappeln! Happe merkt, wie vielen Kriegern die Angst in die Augen kriecht, wenn sie diese alten Ruinen sehen. Dort passieren schlimme Dinge. Bleibt besser weg da! Soldaten! Wunderbar! Mangel die Ferne! Berge auf! Hör! Hör! Achtung! 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 Gäste, eure Eckstern und Schwerter! Wenn ich den Weidläufer sehe, jag' ich ihm einen Balzen ins Herz, bevor ihr euch überhaupt... Na kommt! Du hast doch auch gehört! Gib doch zu! Nichts als Gerechte, die von den Menschen verbreitet werden! Was hat an Bauten? Wie aus dem Lichts in Zweigeteilt! Er wurde von einem Karagor übermannt! So etwas wie Geister gibt es nicht! Ich bin bereit für einen richtigen Kampf! Pass auf, was du dir wünschst! Du bekommst ihn vielleicht eher als du denkst! Es ist dieser Menschenabschau! Er ist in der Nähe und macht dich zum Angriff bereit! Ich glaube, da hat sich etwas bewegt! Von wem? Aha! Ich bilde mir Dinge ein! Bleibt wachsam! Ich könnte zurückkommen! Die Jäger wissen, wie man es macht! Sie brauchen kein Schild, um sich dahinter zu verstecken! Ich brauche nur einen Spissen Speer, hundert bisschen Kraft im Hauch! Ich möchte den Vorpasten von Utho nie wiedersehen! Ich auch nicht! Da werden zu viele Sklaven durchgeläuft! Ihr habt recht! Sie werden alle woanders hin geschickt! Ein oder zwei Tage mit einem Schild, um sie ausführlich zu foltern! Was war das? Geist ihr! Jetzt leidest du! Nicht zu glauben, dass wir uns den ganzen Tag lang in dieser grauenvollen Hitze stehen lassen! Gräulig? Das einzige, was hier gräulig ist, ist ein verfluchtes Gejammer! Jetzt macht euch wieder an die Arme! Habt ihr das gehört? Geist! Für den Heftig! Ich zünd' das Leutfeuer an! Achtung! Achtung! C Halt die da! Könntet das nicht nachvollziehen? Wir passen! Wir trocken! Überlaufen wir das! Wer wird auf die Gesinn, dass sich jemand so berät! Menschentreck! Ein Stoß in das Horn! Und alle Urux in Morder heilen hierher! Heute stirbst du! Doch nicht so! Das wird dir nie gelingen! Mensch, schnappst du! Mensch, schnappst du! Mensch, schnappst du! Ich hab ihn gebeten! Mensch, schnappst du! Mensch, schnappst du! Sie sind fertig! слиver! Entzündet die Feuer! Wir brauchen Verstärkung! Ich lass dich wimmern wie ein Kind, das um Gnade fleht! Hälte sie übern, Alfa! Du willst Helm und Orkissen? Dann bin ich dein Leger! Ja, Butler! Deine Zeit ist gekommen! Winsel um dein elendes Leben! Ja, ich bin gerade unter Stress. Aber jetzt kommen wir halt hoch, oder? Ja, ich bin gerade... Nein, er will mich doch bloß in die Falle, doch. Er ist weg. Was? Beickeling. Der alte Hauptmann sah aus, als wäre er kurz davor, um sein Leben zu beickeln. Ich weiß, wie armselig. Der Neue sieht schon besser aus. Sieht nicht aus, als er sehen wir oder irgendwas bekämpft. Sobald er sein dem Fall ist, bin ich nicht mehr. Wo? Was war das? Muss abgehauen sein. Eine Leiche. Moment. Ich rieche etwas. Ist mir total egal, was ihn erledigt hat. Der Tag wusste, dass er es nicht mit mir aufnehmen kann. Es ist der Waldläufer. Beim nächsten Malen steckt tot. Das ist der Waldläufer. Da war es nie. Ich bin total egal, was ihn hier. Da war es nicht mit mir. Ich bin total egal. Oh, das ist der Baum. Ich bin total egal. Ich bin total egal. Ich habe ihn auf! Untertitelung des ZDF, 2020